Paps, du hast gesagt, wenn ich 118 werde, darf ich raus in die Welt. So wie jeder andere Erwachsene auch, der hier im Hotel ein und aus geht. Aber Mavy Baby, das ist gefährlich. Blah, blah, blah. Paps, du hast es mir vor 30 Jahren versprochen. Weiß ich genau, wir haben zusammen Mäuse gegessen und du hast ausdrücklich gesagt, du gibst mir dein Wort. Guten Morgen, Mavy Baby. Herzlichen Glückwunsch, Zuckerschabe. Ja, ja, Paps. Ich weiß, dass ich Geburtstag habe. Ich habe jede Menge Überraschungen. Wuhu! Aber zuerst gehen wir ein paar Skorpione fangen, ja? Nur wir beide. Ja, mein Blutegelchen? Paps, hör mir mal bitte zu. Du weißt, dass wir etwas besprechen müssen. Du willst hinaus in die Welt ziehen? Kannst du. Aha, ich wusste, dass du das sagen würdest. Aber Paps, du hast mir dein Wort gegeben und du weißt, dass ich weiß, dass das Wort eines Dracula heilig ist. Das Vertrauen das Herzstück unserer... Warte, was? Ich sagte, du kannst gehen. Du willst mich nur veräppeln. Nein, 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 nein. Du bist alt genug, einen Leichenwagen zu fahren. Du kannst also auch deine eigenen Entscheidungen treffen. Du kannst gehen. Die totale Tollwut! Die totale Tollwut!